Sie werden es kaum glauben, aber ich hatte schon vor Eva einen Facebook-Account. Ich habe mittlerweile 217 Freunde, wenn ich auch zugeben muss, dass ich nur ein Drittel davon kenne. Ich werde ununterbrochen angestupst und stupse erbarmungslos zurück. Mein letztes lustiges Hundefoto, Blondie im Park mit Ball, gefehlt immerhin 36 Personen. Da habe ich mich schon ein bisschen gefreut. Und natürlich Farmville. Ah, ich liebe Farmville. Da wird gesät, gemolken, gejätet, geerntet, war das Übliche eben. Eine gewisse Zeit lang habe ich auch wie ein Wahnsinniger geknöffelt, aber darüber bin ich Gottlob hinweg. Sicher kann man auch hier die Sinnfrage stellen, aber immerhin fotografiere ich nicht mein Essen oder mich selbst vor dem Spägel. Neulich hat die mit Abstand hübscheste Bekannte von Eva meine Freundschaftsanfrage positiv beantwortet. Da hing natürlich der Haussegen-Chef. Was wahrscheinlich auch noch daran liegt, weil ich meinen Beziehungsstatus von Es ist kompliziert noch immer nicht geändert habe. Schuldig. Und wie immer, zu guter Letzt, abonniert diesen Kanal, kommentiert dieses Filmchen und postet es, wie noch nie zuvor ein Film gepostet oder verringt wurde. Und noch was. Merkt euch den Namen Thomas Nikolai. Er ist ein herausragender Humorist, bei dessen Live-Aufführungen ich mich schon öfter sagen hörte. Verdammte Hacke, ist das ein lustiger Zeissig. Also, wir sehen uns. Wir sind ja nicht blind.